Alle Jahre wieder flattert die Jahresabrechnung ins Haus. Egal ob Gas, Strom oder Wasser, Sie kennen das bestimmt. Doch warum erhält man eigentlich häufig eine Gutschrift oder muss nachzahlen? Ihr Stadtwerk kennt die Antwort. Sie und alle anderen Kunden zahlen regelmäßig, über das Jahr verteilt, eine sogenannte Abschlagszahlung. Die setzt sich zusammen aus dem aktuellen Gas-, Wasser- oder Strompreis und aus ihrem jeweiligen Jahresverbrauch. Die Höhe der Abschlagszahlungen wird zu Beginn des Abrechnungsjahres festgelegt, basierend auf Ihrem Verbrauch vom Vorjahr. Aber natürlich kann es sein, dass sich Ihr Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr ändert. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Sie schaffen sich ein neues Gerät an. Eine weitere Person wohnt in Ihrem Haushalt oder aber der Winter ist dieses Jahr besonders kalt oder besonders warm. Auch der Strom-, Gas- oder Wasserpreis kann sich im Laufe des Abrechnungsjahres ändern. Wenn Ihr Verbrauch niedriger ausfällt als im Vorjahr, erhalten Sie eine Gutschrift. Fällt Ihr Verbrauch allerdings höher aus als im Vorjahr, muss der Differenzbetrag von Ihnen ausgeglichen werden. Das Gute? Dank der regelmäßigen Abschlagszahlung über das Jahr hinweg haben Sie in der Regel einen Großteil Ihrer Rechnung bereits bezahlt. Wie Sie künftig Energie einsparen und so Ihre Energiekosten reduzieren können, dazu gibt Ihnen Ihr Stadtwerk gerne Tipps.